Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Ich war gerade noch mitten im Trinken und ich habe einfach mal auf Start gedrückt. Ich schlau mich schnell. Schlau mich? Eine italienische Mannschaft. Also italienische Mannschaft. Alle Spiele aus Bella Italia. Mama mia. Aber mit Barcelona-Logo und Hertha BSC-Trikot. Sehr überzeugend. Sehr überzeugend. Nein. Das war blöd gedacht von mir. Nein. Fehl, 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 fehl. Gott sei denn, kann ich ein Boateng, der das ausbrügelt. Ich hätte jetzt eigentlich schon auf den Pfiff gewartet, aber gut. Hoch. Nein. Ein böses Spiel, böses Spiel, böse. Mein Ball. Ich vergesse die ganze Zeit, dass sie ja eher auf Stürmerposition spielen. Also L-O. Oder auch Stürmerposition. Dass sie ja nach innen ziehen. Na, zu weit. Wow. Meine Nase kribbelt. Das ist gerade böse. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Da stehen sie sich wieder gegenseitig im Weg. Mein beliebtestes FIFA 15 Feature allgemein im Weg stehen. Danke. Marco Reus mal wieder. Okay. Das war kein typischer Reus-Jubel. Tut mir leid. Das war eher der Omar-Beyang-Jubel. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich den da noch durchkriege, durch die Beine von Wiedic. Teils-Spiel auch. Ich habe mir die Mannschaft nicht wirklich angeguckt, weil ich ja noch mit dem Trinken beschäftigt war in dem Ball. Ich habe nur so kurz drüber geguckt und habe dann gedacht, sind ja alle italienischen Spieler. Aus der italienischen Liga. Und wieder stehen sie sich im Weg. Aber machen seine genauso, habe ich das Gefühl. Wim. Ecke. Ich hätte passen müssen, direkt. Und meine Jungs steht da komplett blank. Aber in der Situation steht, man nur noch Tor schießen, Tor schießen, Tor schießen, Tor schießen. Mist. Mal aber. Nein. Zu lange wartet. Zu lange. Zu lange. Zu lange. Viel zu lang. In den ersten vier Minuten dieser Folge. Äh. Nein. Mist. 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 Er schießt vorbei. Wie kann man von da vorbeischießen? Ähm. Lernst du nicht aus deinen Fehlern? So nebenbei erwähnt. Hey, da stand er eben. Hey, da steht er ja schon wieder. Pass ich schon wieder hin. Mann. Jetzt hat er dazu gelernt. Ähm. Was? Oh, Tor schuss. Ich. und 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 Es gibt noch Ecke, schön und da sieht jemand noch ne gelbe Karte glaube ich im Nachhinein. Diese Toilhüter, Alter. Ich habe eigentlich passend direkt gedrückt, aber er wollte wieder mit der Hacke rüberlegen. Schade, 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 schade. Nein, 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 Loris, 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 hau das Ding raus. Ich musste ihn kommen lassen, sonst wäre es eng geworden, sagen wir es so. Knallhart. Boah, es gibt einen Abstoß nur, verdammt. Nein. Mann, es könnte hier schon 2-3-0 stehen. Wenn ich mal gescheite Chancenverwertung hätte. Oh, verdammt. Den habe ich ein bisschen viel Platz da außen gelassen. Schöne Bräune. Gehen noch 5 Meter weiter zurück. Toll, jetzt schätze ich es 1-1, weil ich mir so einen blöden Freistoß einfangen werde. Nein, werde ich Gott sei Dank nicht. Wui, noch mal gut gegangen. Sitt ist ja noch mal gut gegangen. Da kloppt man da dran, deswegen ist der Ball nicht. Mist. Mist. Ja. Schön. Flare geworfen. Ah. Komm, Boateng. Ähm. Nein. Ah. Das wird hier noch eine lustige Nummer. Wenn ich nicht mal bald das 2-0 mache. Mann. Und im letzten Moment legt da sich den Ball vor. Ey. Mann. Das ist so ein... Oh. Ätzend. Das ist das beste Wort, was das beschreibt. Wenn es durchläuft, wir schießen, dann in dem Moment springt nochmal der Ball ein letztes beschissenes Mal hoch. Und nach vorne. Das ist das Bälle durchkommen. Das darf eigentlich nicht sein. Die Bräune. Und es wird wieder nicht direkt gepasst. Wie ich es immer will. Nein. Es wird immer erst gewartet. Irgendein Ballannahme muss sein. Egal welcher Spielmodus. Das ist irgendwann störend. Ey. Nimm doch den Ball mit, Penzen. Ich hätte direkt passen sollen, statt erstmal wieder laufen. Alles, was man hier macht in der Party ist falsch. Außer einmal unter gedankender Mithilfe des gegnerischen Spielers. Oder wie man es auch immer nennen mag. Oh. Der Bräune ist verletzt. Alter. Da passt er direkt auf, wo er gar nicht direkt passen soll. Herrlich. Herrlich. Entschuldigung. Wir nehmen ihn mal jetzt runter und bringen Pogba. Und Müller für Oma Bejan. Der Müller kann das nämlich auch spielen. Obwohl ich eigentlich Oma Bejan selten auswechsel. Fällt mir gerade mal so auf. Außer an wirklich, wirklich schlechten, schlechten Tagen. Mann. Quedira. Sammy. Ouf. unfassbar das klappt kein einziges Mal mit Omo Will Young aber mit Müller sofort das geht doch die Nummer hat ein Pogba die neun okay der kriegt erstmal gleich eine andere Nummer verpasst ich weiß nämlich wer die neun kriegt der da der kriegt die Nummer neun der hat sie verdient ich wollte schon sagen wenn das kein Foul ist könnte mich nämlich kein Stück bewegen wo steht denn hier einer auch da ich brauche zu lange zum rumdrehen ach Alaba also dann macht er seinen Fehler wieder gut okay der war schlecht ich mache es ihm gerne spannend hinten raus entscheidend das passiert irgendwie in letzter Zeit zu oft das zählt auch noch ich hätte gerade zwei Abseits toll jetzt darf ich mich nicht unter Druck setzen ich sage es passiert die es passiert die direkt wow ich hätte mich irgendwie verkeiern spiel urplötzlich Kanada zu machen ohne Probleme aus es Wo war das denn in Foul? Spiel! Die Logik dahinter verstehe ich gerade mal überhaupt nicht. Komm, pfeif ab, pfeif ab. Ja! Ich hasse es hinten raus, es spannend zu machen. Unabsichtlich. Hui. Hui. Es hätte zu halb 3-4-0 stehen können. Oh nein. Ich meine ja, immer zu spät schießen sie müssen. Louis ist der beste Mann. Gut möglich. Gut möglich. Das ist gut möglich. Ich glaube, absteigen werden wir schon mal nicht. Aufstieg ist drin, schätze ich mal. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von FIFA 15. Ultimate Team. Bis dann. Ciao. Es hat das Cell.